Ihr habt das schon vergessen? Und ihr, meine Herren, ihr habt die Stufen in Anwesenheit von eurem Opfer über Provisionen verandert und den demnächst ausgeläumten Vaterland abknüpfen. Habt ihr denn schon vergessen, aus welchem Korb als ihr noch vor ein paar Tagen köstlich geschmissen habt? Jetzt schlöge Gott den Hügel an! Ihr habt mich nur gewundert mit Wehlenbrecht, als ein Mensch, der seine sechs Herren Eiken zum Morgen allein gewinnt, weil es neu ist, weil wir Albrecht Na, 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 wenn noch etwas kommt, kommt! Das hätten Sie jetzt äussert! Dann hätten wir mit uns! Eben! Danke, Herr Muske! Alles klar, Weil wir heute hier sind so, ich denke, dass wir heute ein paar Tage Das geht darum, dass wir heute noch bei mir Vielen Dank. Vielen Dank.